bin ich ja schon ich habe ein dodo genau jetzt kann ich ja gar nicht er kommt mir in die nicht ich habe ihn gehört auch da da sitzt seine ecke kommt zum dodo ist auch doof machen nichts als jäger hätte noch bauen es war eine kleine hütte so nein so jetzt aber zwei es es genau jetzt hier noch zwei wände wieso nimmt er die türen nicht in der hand geht die türen nicht sagt dieses mal strot kann nicht gesetzt werden hier kommt die doch ein so ja durstig ja genau schön doch einfach nein ich kann mich doch hier drinnen gar nicht kriegen oder dach in schrie bisschen überladen kiste bauen ok jetzt kann ich mich bestellen äh bestellen hier noch kiste welche kreppiere das wird sich an als wenn bei mir so ein drop ist oh jetzt habe ich auch noch gebrochene knochen da ist er oh ich könnte durchdrehen der kackvogel hat ja noch kein bett gehabt ich muss einen neuen erstellen ach so steh auf steh auf ach da bin ich gestorben jetzt brauche ich gleich einen pfeil und bogen wegkauen kann ja ja shit wie kann man denn alles nehmen was ist das wie das ist das mit oben ist das da bin ich so die 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 sind die ich mein dodo stirbt doch einfach meine die anderen vierjährigen schafft anfang ist schwer die haben sich gegenseitig hier wuchte denn nimm doch die haben wir hier hat sich wieder aufgefüllt das ist nicht so hold up jetzt wird er doch wieder nein alles steht ja noch so ein kleines baby baby bein so wie kann ich das jetzt getragen ich hab dir nichts getan geht jetzt der männer strohtür als knüppel noch so lange acht dass er unser freund bestehen raus oder ist er knäckige bursche jetzt kann ich in der rex angegriffen eigentlich würde ich ihn beteiligen jetzt geht er mir schon wieder hier gegen strich echt der geselle jetzt sind es schon zwei was funktioniert direkt gegen bögel jetzt hat er mir mein rohes fleisch ich dreh gleich durch jetzt kommt ich bin gestorben also nicht so sicher da wo ich bin ich gucke mir auch schon so komisch an du schon wieder ja nein ich auch einfach hier neben blöden vieh auf damit er jetzt darum keine waffe da doch scheint ein zu sein jedoch da an die tasche bei ich bin jetzt das war's dass da bin ich das doch das ist ja ja da werde ich mich nächstes mal auf den weg machen also da wo ich jetzt bin ich dachte erst nur du bist am arsch